Hier ist wieder Markus Lehmkuhl für Dich. Gönn Dir Impulse und Anregungen für mehr Bewusstsein und Sinnhaftigkeit in Deinem Alltag. Abseits der ganzen Schreierei nach permanentem Erfolg. Heute reden wir über der Schall vom Rauch. Und es hat was mit Rauchen zu tun. Ich durfte mich vor geraumer Zeit mit einem Freund unterhalten, der mir eine Situation geschildert hat, wo es ihm unfassbar schwer gefallen ist, das Rauchen sein zu lassen. Und er konnte nicht verstehen, warum ihm das in dem Moment so schwer fällt, irgendwer nicht hinkriegt und sagt, ich gehe hier die Wände hoch. Und ich fand interessant, was dabei herauskam, als wir mal so näher darüber gesprochen haben, dass seine Umstände, die er gerade zu der Zeit hatte, Wohnungswechsel, ich sage mal Arbeitswechsel, dann war er gerade frisch operiert worden, ein paar Tage Stress in der Arbeit und, und, und. Und dann hatte er sich aufgrund dessen, dass er da mal im Krankenhaus gelegen hat und, ich sage mal, zwei Tage nicht geraucht hat, hat er sich gesagt, okay, auch für meine Familie und, 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 wenn ich jetzt eh hier nicht rauchen kann, körperlich bin ich damit durch. Mehr oder minder, das Mentale kriege ich hin mit Willenskraft. Und dabei hat er am Teller gedreht. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und gesagt, ich verstehe es nicht, wieso kriege ich das mit Willenskraft nicht hin, wieso geht es mir so beschissen damit, warum wehrt sich alles, ich könnte die Tapeten vor der Wand reißen. Und dann haben wir uns mal darüber unterhalten, weil ich gesagt habe, naja, dann gucken wir doch mal, warum rauchst denn du und warum willst du aufhören? Wofür? Ja, für die Gesundheit und immer, und das ist ja so, und, ja, kann man machen. Aber, warum rauchst du? Was ist der Grund? Also, dieser Sucht, sage ich jetzt mal. Du verbindest ja irgendwas damit. Du fängst ja nicht irgendwann an zu rauchen und sagst, so jetzt rauche ich. Auch wenn dir das vielleicht jetzt nicht so bewusst ist, aber jeder, der raucht, hat einen Grund, warum er raucht. Es gibt einen Auslöser und diesen Auslöser und diesen Punkt erreichst du jedes Mal, sobald du zur Zigarette greifst. Und das wird dir wahrscheinlich gar nicht mehr so akut bewusst sein, warum du das tust, weil das einfach in einen Automatismus, ins Unterbewusstsein so übergegangen ist. Das ist wie beim Autofahren, da guckst du ja auch nicht, wann trittst du auf die Bremse, wann kuppelst du, in welchen Gang läuft alles automatisch. In der ersten Fahrstunde hättest du dir beinahe die Finger dabei gebrochen oder die Füße. Und da wusstest du ganz genau und hast dann ganz bewusst jede Bewegung ausgeführt, um irgendwas damit zu erreichen. Und dann haben wir mal so geguckt, warum er raucht, warum er dieses, ja, Ritual hat. Die anderen sagen Sucht, ich sag mal Ritual. Welchen Gewinn hast du dadurch oder versprichst du dir dadurch, ob du ihn dadurch bekommst oder nicht, aber welchen Gewinn hast du dir damit eventuell auch eingebildet? Hm. Und wenn er raucht, dann, ja, ist das wirklich ein Ritual und zelebriert er das in der Form, dass er den Raum verlässt, meistens nach draußen geht, vielleicht noch einen Espresso dazu oder einen Kaffee auf der Hand, wie auch immer, an die Luft geht. Also er verlässt gerade sein alltägliches Umfeld, um dann zu rauchen. Also um mal runter zu kommen, zur Ruhe zu kommen, aus dem Alltäglichen, aus dem Stressigen rauszukommen. Also ist dieses Rauchen ein Anker, um sich Ruhe zu verschaffen. Und damit ist das bei ihm verknüpft. Und das kann bei jedem eine andere Verknüpfung sein, aber viele sagen, ja, aus lauter Stress heraus, aus letzter Stress heraus rauchen, jeder weiß, ist im Prinzip Quatsch, aber ich suggeriere mir das selber, ich rede mir das selber ein, ich glaube daran und ich tue das. Und nachher machst du es nur noch unbewusst und klopfst dir die Floppen rein. Und die Frage ist ja die, es scheint ja ein Ruhebedürfnis da zu sein, wodurch das Mal entstanden ist, dieses Ritual, was so in den völlig automatischen Tag eingeflossen ist. Und die zweite Frage, wenn ich natürlich dieses Ruhebedürfnis habe und es ist ein völlig legitimes und ein richtiges Bedürfnis, weil vielleicht die Lebensumstände, Alltagsumstände zu stressig sind, dann ist dieser Bedarf ja absolut gerechtfertigt, notwendig und richtig. Ob ich das mit Rauchen hinkriege, weiß ich nicht. Wenn dann aber zu einer Zeit, wo sowieso alles drunter und drüber geht, dann kommt noch Krankenhaus und alles Mögliche dazu und dann lege ich mir noch auf, zu sagen, so jetzt höre ich auch noch auf zu rauchen. Was tue ich dann wirklich in dem Moment? Raub ich mir vielleicht die letzten Ruhepausen, die ich mir dadurch eingebaut habe und versuche, das dann auch noch mit Willenskraft dagegen anzukämpfen? Aber gegen wen und was kämpfst du dann da wirklich? Du kämpfst gegen deinen körperlichen und mentalen Bedarf, zur Ruhe zu kommen, Pausen zu haben, notwendige Pausen einzuhalten. Glaubst du, dass du diesen Kampf gewinnen kannst? Glaubst du, dass dieser Kampf sinnvoll ist? In dem, was du dir die letzten Pausen raubst und diese auch noch mit Stress belegst und mit einem Kampf aufzuhören und ja, dass es dann zu diesen Tumulten kommt, ich könnte die Tapeten von der Wand reißen. Was ja dann vielleicht mehr den Ursprung hat, dass gar keine Ruhe mehr da ist und dass der gesamte und allgemeine Zustand dazu geführt hat, jetzt so im Krieg zu sein mit sich selber. Ich sage nicht, dass das Rauchen dafür gut ist, sich Pausen zu verschaffen, aber wenn ich es, ich sag mal, hirntechnisch, mental so verknüpft habe, dann ist das so, dann ist das immer dieser Impuls. Und da kannst du durch alle Süchte, durch alle Rituale, durch alle Gewohnheiten gehen. Es steckt immer eine Motivation und erst Mentales dahinter, auch wenn dir das nicht bewusst ist. Also steckt auch eine verknüpfte Emotion dahinter. Das heißt, ich rauche, um mal eine Pause zu haben. Damit sind Emotionen und Gefühle verknüpft, endlich mal runterzukommen, durchzuatmen, mal raus aus dem Stress. Gott sei Dank, endlich mal eine Flucht. Also, du merkst schon, es hängt eine Emotion da dran. Und wenn da eine Emotion dran hängt, dann ist das wie ein Fluch, den du dir gesetzt hast. So musst du das verstehen. Und diese Emotion, dieses Bedürfnis in Verbindung mit dieser Emotion, die wirklich in dir eingebrannt ist, weil du, es ist ja dann zu einer Sucht und einem festen Habitus geworden, muss bedient werden, muss erfüllt werden. Ansonsten bleibt ein Loch, ein unerfülltes Loch dieses Bedürfnisses, was du hast, was du vielleicht fälschlicherweise mit Rauchen bedient hast. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist aber vielleicht auch die, wie kann ich also dieses entstandene Loch, diese Emotion, dieses Gefühl, dieses Bedürfnis nach Ruhe anderweitig und gleichwertig stillen? Es muss gleichwertig sein. Wenn das nicht gleichwertig ist mit dem Gefühl, wenn ich rauche oder wenn ich da was mental erziele, dann bleibt eine Differenz und die wird der Stress machen. Immer. Das wird nicht aufhören. Also das heißt, es geht darum, dieses Bedürfnis, diese Emotion, diese Verknüpfung gleichwertig zu ersetzen oder ich sage mal in dem Fall, wenn der Tag, der Alltag so stressig ist, so viele Stresselemente hat und ich diese Pausen dringend benötige und dafür mir die Erlaubnis gebe, dadurch, wenn ich rauchen gehe, dann ist ja die Frage, wie könnte ich es denn anders hinkriegen? Wie könnte ich denn eine andere Verteilung von meinem Stresshaushalt hinkriegen, um da was rauszunehmen aus meinem Alltag, dass der gegebenenfalls etwas gelassener ist, weil es hat ja mit meiner, mit deiner oder meiner persönlichen Haltung zu tun, wie ich die Dinge empfinde, wie stressig oder nicht stressig. Also wenn ich den Stresshaushalt reduziere, reduziere ich ja vermutlich auch das Bedürfnis oder diese punktuellen Bedürfnisse zu rauchen oder mir eine Pause zu gönnen. Auch damit wäre dann gegebenenfalls die Möglichkeit und es wäre leichter dann zu sagen, ich höre mit dem Rauchen auf, aber dann meldet sich kein Bedürfnis, dann geht kein Krieg los, dann geht dieses Bedürfnis nicht los, was dadurch nicht befriedigt wird. Und ja, ich fand es halt sehr, sehr anschaulich zu gucken, was macht man da, was läuft da eigentlich wirklich ab, warum fällt uns das schwer und wieso haben viele im Nachhinein immer, immer, immer wieder Probleme mit gewissen Süchten oder Ritualen oder mit dem Rauchen oder Trinken aufzuhören, weil da eine emotionale Verbindung, Bedürfnis, da hängt was dran. Und wenn du das nicht ersetzt, gleichwertig, durch was anderes oder eine Umverteilung machst, dann wird dir das ein Leben lang hinterherlaufen, dieses unerfüllte Bedürfnis. Und das kannst du auf alle Bereiche ziehen, das kannst du sogar auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf Partnerschaften, da hast du einen Partner gehabt, in dem du total verknallt warst, der, ich sag mal, das höchste Level erreicht hat, was du bisher erlebt hast und ihr seid nicht mehr zusammen. Dann wird dir dieses Emotion, das Erlebte, das Unerfüllte oder was du nicht fortsetzen konntest, so lange hinterherlaufen, bis es gleichwertig oder besser durch jemand anders ersetzt wird. Ansonsten wird dir das immer wieder in Erinnerung bleiben. Unerfüllt. Und ich glaube, da haben jetzt einige was zu denken. Und dabei viel Spaß, dein Markus Lehmkuhl.